Servus Simon. Servus Nadja. Wir sind hier bei der MOAIM in Sachsenkamm. Ist ja ganz neu, es hat erst mal aufgemacht. Ja genau. Und warum macht ihr bei der Gastro Challenge mit? Wir unterstützen gerne regionale Produzenten. Wir arbeiten auch selber mit regionalen Produzenten, Freunde von uns, wo Kühe züchten, Ochsen züchten, wo dann irgendwann mal geschlachtet werden, wo man gerne bei uns essen darf. Super, hat sich gut an. Habt ihr denn schon ein Menü für die Gastro Challenge? Ja, wir werden ein Ochsenkotelett machen aus Kreuz und da werden wir mit einem Saibling aus Schliersee weiterfahren und ein Nudelgericht für die Vegetarier machen wir dann vom Bacher, vom Eierhof. Der bringt uns Nudeln, der bringt auch immer sonst Nudeln bei uns, aber der bringt das Nudeln davon. Super, das hört sich gut an. Und das Wochenende hat die Wann offen, wie ist das? Wir haben immer offen am Donnerstag bis Montag von 11.30 Uhr bis 22 Uhr. Küche ist um 21 Uhr geschlossen. Super. Kommt vorbei, schaut es an. Wir sind immer für euch da und freuen uns.